Yo Leute was geht Möx hier und ihr heute auf den Kredikpubstorffin Clan Channel. Ich wollte mich mal kurz vorstellen aber als erstes seht ihr im Hintergrund ein Gameplay von GN. Ist eine 78 Sekunden nuclear auf Nuketown mit M27. Schaut auf jeden Fall auf... Schaut auf jeden Fall seinen Channel... Schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei. Er ist kurz vor seine 520 Abonnenten also wäre fresh wenn ihr die voll macht. Ich wollte mich gleich nur kurz vorstellen weil das Gameplay schnell ist. Ich bin Merc, bin 16 Jahre alt und bin der Thumbnail Designer für Kredikpubstorffin. Ich editiere auch grad die 600 Abonnenten Spezialmontage. Part 1 schon fertig aber nirgte eh kein. Über mich ich... Über mich? Meine Lieblings-TODs sind Ghost, ME2, ME3, ME1. Ich zocke auf der PS4 und PS3 und ja sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Gönnt euch das Gameplay. Ciao. und und Untertitelung des ZDF, 2020